Flux FM. In digitaler Gesellschaft. Ich hatte es ja schon angekündigt, jetzt bei uns im Studio Alexander Sander von der digitalen Gesellschaft. Auch heute natürlich wieder zu Gast und damit herzlich willkommen, lieber Alexander. Hi. Die Reaktion auf die jüngsten Attentate und Anschläge ließ nicht lange auf sich warten. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat Ende letzter Woche, glaube ich war es, seine geplanten Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit in Deutschland vorgestellt. Teil dieser Maßnahmen soll die Ausweitung der umstrittenen Vorratsdatenspeicherung sein. Auch Messenger-Dienste wie WhatsApp zum Beispiel sollen künftig überwacht werden. Auch die Videoüberwachung mit Gesichts- und Kennzeichenerkennung soll auf den Weg gebracht werden. Ob und wann die Pläne Realität werden, welche Folgen das für uns hat, das wollen wir jetzt an diesem Nachmittag besprechen. Und dann würde ich sagen, schießen wir ja gleich mal los. Erzähl doch erst noch mal ganz kurz oder fass noch mal ganz kurz zusammen, Alexander. Welche Maßnahmen hat der Minister da gefordert? Womit haben wir da zu rechnen? Was hat es damit auf sich? Also du hast ja schon einige Maßnahmen angesprochen. Eben die Ausweitung der Vorratsdatenspeicherung. Es soll aber auch allgemein im Internet mehr ermittelt werden. So soll es ja wohl so gewesen sein, dass im Darknet zum Beispiel der Attentäter von München seine Waffe gekauft hat. Das steht jetzt auch ein bisschen in Frage, ob das wirklich so war. Aber es soll eben im Darknet ermittelt werden. Also es soll geschaut werden, wo zum Beispiel illegal Waffen gekauft werden können. Dort sollen dann eben diese Verbindungen aufgedeckt werden und Waffenhändler eben dann aus dem Internet gedrängt werden. Dann verhaftet werden. Hier soll eben ermittelt werden. Dafür muss zum einen mehr Polizei auf den Weg gebracht werden. Es muss aber eben auch die Polizei entsprechend ausgestattet sein mit Computern, dass sie da eben ermitteln kann. Dann ist eben die Videoüberwachung im Spiel mit einer Gesichtserkennung. Auch die Kennzeichenüberwachung, wenn man zum Beispiel auf der Autobahn langfährt, dass dort eben dann automatisch Kennzeichen ausgelesen werden von gestohlenen Fahrzeugen oder ähnlichen. Und viele weitere Maßnahmen sind eben jetzt im Gespräch, die in den kommenden Wochen und Monaten, also möglichst noch in dieser Legislaturperiode, dann auch auf den Weg gebracht werden sollen. Du hast es ja gerade schon gesagt, es müsste eigentlich dafür noch ganz andere Dinge oder müssten zur Verfügung stehen. Hat sich denn dem Sie ja dazu auch geäußert, wie man zum Beispiel mehr Personal, eine bessere Ausrüstung dafür beschaffen möchte? Also zum einen, klar hat er gesagt, die Bundespolizei soll aufgestockt werden. Und zum anderen hat er die Länder aufgefordert, denn Polizeien sind ja Ländersache, dort auch in ihren Polizeien zu investieren. Was dann da die jeweiligen Innenminister machen, bleibt auch erstmal offen. Da kann er jetzt auch ein wenig Einfluss darauf nehmen. Aber natürlich soll eben die Bundespolizei aufgestockt werden. Diese Cyberabteilung soll eben größer aufgebaut werden. Darüber hinaus erhofft er sich auch einen besseren Datenaustausch der bestehenden Datenbanken, etwa auch auf europäischer Ebene, auch hier. Wir haben schon oft darüber gesprochen, die Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten ist da zum Beispiel ein Thema. Dann haben wir das Schengen-Informationssystem, also wenn man Grenzübertritte wahrnimmt oder Ähnliches, wo dann eben auch noch Daten anfallen. All diese Datenbanken sollen auch mehr miteinander vernetzt werden, sollen mehr Daten in diese Datenbanken rein. Also die Digitalisierung sozusagen der Überwachung nimmt deutlich zu. Stichwort VDS, Vorratsdatenspeicherung. Das ist also wieder ein ganz großes Thema. Es wird wieder gefordert, es kommt wieder auf den Tisch. Vielleicht nochmal ganz kurz, was soll von wem gespeichert werden? Was bedeutet vielleicht jetzt auch eine Ausweitung auf die Messenger-Dienste? Also die aktuelle Vorratsdatenspeicherung, die eben Ende letzten Jahres auf den Weg gebracht wurde, trotz EuGH-Urteil, der gesagt hat, dass eine Vorratsdatenspeicherung gegen Grundrechte verstößt, ist, dass Standortdaten und Kommunikationsdaten gespeichert werden, vier beziehungsweise zehn Wochen lang. Das bedeutet, wenn ich mich irgendwo aufhalte, ins Internet gehe oder eben einen Kontakt zu einer Person aufbaue, diese Standortdaten, wo ich mich in diesem Moment befinde, werden eben für vier Wochen gespeichert. Und dann die Kommunikationsdaten, das bedeutet, wer mit wem wann in Kontakt tritt, also zum Beispiel telefoniert oder eine SMS schreibt, diese Daten sollen für zehn Wochen gespeichert werden. Genauso auch die IP-Adresse, also mit welcher Adresse ich sozusagen im Internet unterwegs bin. Damit kann man auch wieder lokalisiert werden und personalisiert werden. Und darüber hinaus sollen jetzt eben so der Vorschlag vom Innenminister auch Messenger-Dienste wie WhatsApp, Skype oder was ist da eben auch in diesem Bereich als soziale Netzwerke im Allgemeinen, also überall, wo man mit irgendjemandem in Kontakt treten kann, all diese Dienste sollen künftig auch mit unter die Vorratsdatenspeicherung fallen. Dafür müssen einige Gesetze geändert werden. Das ist auch gar nicht so einfach, wie sich das der Innenminister so, glaube ich, vorstellt. Da gibt es einige Schwierigkeiten, da gibt es EU-Recht, da gibt es nationales Recht. Es geht nicht nur um die Überwachung, es geht zum Beispiel auch schlichtweg darum, wenn man diese Dienste angleicht, die eben im Internet angeboten werden und die außerhalb des Internet angeboten werden, die sind ja über verschiedene Leitungen werden, die übermittelt. So ist es zum Beispiel so, dass wenn ich Telefonanbieter bin, zum Beispiel für einen Festnetzanschluss, dass ich dann auch zum Beispiel eine Notfallnummer garantieren muss oder dass es einen Entstörungsdienst geben muss. Das können Dienste wie Skype, die dann übers Internet laufen, denen die Leitung nicht zur Verfügung steht, schwer realisieren. Also wie diese Angleichung dann halt wirklich funktionieren soll, ist fraglich. Aber Ziel ist es, dass eben diese Vorratsdatenspeicherung, die wir eben für grundrechtswidrig halten, jetzt auch noch ausgeweitet werden soll, obwohl sie noch gar nicht richtig in Kraft ist, eben auch auf weitere Dienste. Und das ist ja schon erstaunlich, dass nach so kurzer Zeit, nach der Einführung dieser Vorratsdatenspeicherung, diese schon wieder ausgeweitet werden soll. Und du hast doch gerade schon gesagt, es könnte da tatsächlich auch rechtliche Probleme geben, gerade weil eben Dinge auf nationaler Ebene verhandelt werden, dann aber auch wieder auf EU-Ebene, Stichwort E-Privacy. Das wäre jetzt auch noch so eine Richtlinie, die ja zurzeit auch wieder in der EU, glaube ich, zur Debatte steht. Genau so ist es. Also hier diese E-Privacy-Richtlinie ist auch im Grunde aus dem Jahr 2002. Die wurde zwischendurch immer mal wieder verändert. Und da geht es eben um Kommunikationsdienste, vor allen Dingen eben aus dem Internet. Und hier hat man eben in der Vergangenheit sowas wie Messenger noch gar nicht auf dem Plan gehabt. Als man das gemacht hat, haben die Leute alle noch SMS geschrieben. Mittlerweile nutzen die meisten Leute eben tatsächlich eher WhatsApp als eine SMS oder Signal oder welche Dienste auch immer. Und diese E-Privacy-Richtlinie, die das reguliert, soll eben jetzt reformiert werden, insbesondere weil eben zum Beispiel auch Datenschutzvorschriften in dem Bereich für diese Messenger nicht besonders hoch sind. Dort können zum Beispiel Standortdaten relativ leicht für Vermarktungszwecke genutzt werden, währenddessen das bei einem normalen SMS eben nicht der Fall ist. Und hier braucht es auf jeden Fall Angleichungen. Das fordern wir auch schon seit Jahren, diese Angleichung. Von daher möglicherweise meint der Innenminister auch eine datenschutzrechtliche Angleichung. Wir hoffen uns das auf jeden Fall sehr, dass das am Ende des Tages wirklich so sein soll. Das ist fraglich. Aber wir sehen hier, dass diese Forderung, Telemedien und Telekommunikationsdienste, so ist die Unterscheidung, auf deutscher Ebene zusammenzuführen, zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich auch überhaupt keinen Sinn macht, weil derzeitig eben auch auf europäische Ebene dieser Reformprozess angestoßen wird. Im Herbst wird die Kommission da wahrscheinlich einen entsprechenden Vorschlag vorlegen. Also hier sollte man die Reform erst mal auf europäische Ebene für ganz Europa durchsetzen, dass dann eben vor allen Dingen auch die datenschutzrechtlichen Standards hochgesetzt werden, dass dann eben auch Leute, die WhatsApp oder Signal oder Streamer oder was auch immer benutzen, dann mit einem sehr hohen Datenschutzstandard hoffentlich auch agieren können. Und erst dann muss man im Nachhinein schauen, ob es wirklich noch Angleichungen benötigt. Denn auch jetzt ist es schon so, dass solche Messenger auch bestimmte Auskunftspflichten gegenüber dem Staat haben. Also es ist ja auch nicht so, dass der Staat keine Informationen zum Beispiel von Facebook oder von Skype bekommen würde, wenn sie denn jetzt im Bereich der Strafvermittlung Informationen brauchen. Also von daher ist auch diese Forderung von de Maizière zu sagen, wir brauchen diese Daten auch etwas merkwürdig, weil diese Daten im Grunde schon zur Verfügung stehen und diese Dienste, die auch entsprechend zur Verfügung stellen. Und was man auch nicht vergessen darf, das Bundesverfassungsgericht wird sich ja demnächst auch noch mit der Vorratsdatenspeicherung befassen. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, Welche Auswirkungen hätte das jetzt vielleicht noch auf die Vorschläge des Ministers? Wird sich das irgendwie gegenseitig beeinflussen? Also es ist ja so, dass das Bundesverfassungsgericht in einige Klagen vorgelegt wurde, nachdem das Gesetz verabschiedet wurde. Und das Bundesverfassungsgericht wird sich mit der Vorratsdatenspeicherung auseinandersetzen. Wir wissen, dass der EuGH, das Europäische Höchstgericht, schon gesagt hat, dass eine Vorratsdatenspeicherung nicht mit europäischen Grundrechten vereinbar ist. Deswegen nehmen wir sehr stark an, dass auch das Bundesverfassungsgericht hier dem EuGH folgen wird, wird sagen, dass die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland gegen Grundrechte verstößt und deswegen halt eben abzuschaffen ist. Und wenn jetzt noch eine Erweiterung dieser Vorratsdatenspeicherung auf den Weg gebracht wird, dann ist sie sozusagen noch grundrechtswidriger. Also es ist sehr, sehr merkwürdig, hier nicht auch zumindest dieses Urteil zumindest abzuwarten, zu schauen, ob das Bundesverfassungsgericht hier nicht eben der Vorratsdatenspeicherung in eine Absage erteilt, weil jetzt eben neue Pflichten für Anbieter auf den Weg zu bringen, die dann von Höchstgerichten wieder kassiert werden, ist auch Nonsens, kostet einen Haufen Geld und bringt nichts. Neben der Vorratsdatenspeicherung war auch die Videoüberwachung zur Gesichtserkennung, zur Kennzeichnerkennung zum Beispiel noch ein Thema. Da werden wir uns gleich darüber unterhalten, spielen eine Musik dazwischen und hören uns gleich wieder mit Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft. Die Digitale Gesellschaft, sprich Alexander Sander, ist noch bei uns im Studio. Wir unterhalten uns heute Nachmittag über das geplante Maßnahmenpaket zur inneren Sicherheit von Thomas de Maizière, unserem Bundesinnenminister, das er letzte Woche ja vorgestellt hat. Die Reaktionen darauf sind doch sehr, sehr, sehr gemischt und sind auch sehr, sehr kritisch ausgefallen. Wir haben jetzt gerade schon über die Vorratsdatenspeicherung gesprochen, beziehungsweise auch die Kontroverse darum. Jetzt müssen wir, Alexander, noch mal kurz über die geplante Videoüberwachung sprechen. Stichwort Gesichtserkennung zum Beispiel oder auch Kennzeichenerkennung. Was genau soll das sein? Wie genau soll es gemacht werden? Worauf müssen wir uns da einstellen? Also Videoüberwachung soll grundsätzlich ausgeweitet werden. Also es sollen mehr Videoüberwachungsanlagen aufgebaut werden und die sollen dann zum Beispiel in der Lage sein, zum einen diese Gesichtserkennung zu realisieren. Dafür braucht man natürlich auch erstmal Bilder, mit denen man das Ganze dann vergleichen kann, weil eine reine Gesichtserkennung bringt ja erstmal nichts, wenn ich weiß, aha, ein Gesicht, sondern man braucht auch eine Datenbank mit Gesichtern, um dann abzugleichen, welche Person hier vor einem ist auf dem Bild. Also auch hier wieder damit einhergehend, dann wahrscheinlich eine gigantische Datensammlung. Der Minister lässt das ein bisschen offen, wie genau und wie konkret er sich das vorstellt. Das ist auch nochmal eine Frage von Forschung und Entwicklung, wie weit jetzt Gesichtserkennung tatsächlich ist. Hell, dunkel, schattische Räume, dann kommt mal eine Sonneneinstrahlung und so weiter und so fort. Menschen bewegen sich auch unterschiedlich schnell und so was. Also da muss sicherlich noch ein bisschen Forschung mit auf den Weg gebracht werden, aber die Idee erstmal mit auf den Weg zu bringen, ist natürlich schon mal vergleichsweise gruselig. Und man muss natürlich auch sagen, dass bei einer Videoüberwachung ganz im Allgemeinen bei terroristischen Anschlägen natürlich sehr in Frage zu stellen ist, inwieweit die zu irgendwas überhaupt hilfreich sein kann. Genau, weil die Menschen ja eben auch mit einer gewissen, ich sag mal, Egalität, jeder auch rangehen und sagen, ist mir doch egal, ob ich jetzt von der Kamera gefilmt werde oder nicht. Genau, also die Leute bringen sich um. Danach haben sie sich eben umgebracht. Deswegen wird da jetzt eine Videoüberwachungsanlage diese Person nicht aufhalten. Gleichwohl wird immer wieder das Argument ins Felde geführt, dass man durch die Videoüberwachung dann im Nachhinein eben aufklären kann, wer der Täter war, wie es zur Tat gekommen ist oder ähnliches. Aber auch hier wird eben zum Beispiel vom Innenminister ein Beispiel von einem Dortmunder Einkaufszentrum eben erwähnt, wo es aber eben auch schon Videoüberwachungsanlagen gibt. Also ein Mehr an Videoüberwachung bringt dann auch nicht wirklich viel, wenn man dann den Täter vielleicht noch aus drei Perspektiven mehr sieht. Also hier sagen auch die Datenschutzbehörden, dass sie eigentlich immer sehr gut abwägen zwischen eben dem Mehr an Sicherheit und den Freiheitsrechten der einzelnen Personen. Also hier eine allgemeine Ausweitung der Videoüberwachung zu fordern, ist relativ sinnbefreit. Und darüber hinaus dann eben diese Gesichtserkennung ist natürlich sehr gruselig. Ähnliches bei der Kfz-Kennzeichenerkennung. Das bedeutet, dass wenn man zum Beispiel an der Autobahn langfährt, gibt es ja eben diese Kameras, die dann eben Kennzeichen erfassen. Das wird halt hauptsächlich für die Maut gemacht. Aber man kann natürlich diese Software, die ist ja da und auch die Hardware steht schon da, noch für andere Dinge nutzen. Man kann es für PKBs benutzen und dann eben zum Beispiel schauen, welche Autos mit welchem Kennzeichen in der Gegend rumfahren. So kann man zum Beispiel gestohlene Fahrzeuge erkennen. Aber man kann natürlich auch erkennen, welche Wege bestimmte Personen zurücklegen. Und damit zieht sich natürlich der Kreis immer enger. Man kommt immer mehr in diesen Bereich der Totalüberwachung. Also wir haben eine Vorratsdatenspeicherung, die speichert zehn Wochen lang, mit wem ich wann, wie lange kommuniziert habe. Wir haben eine Gesichtserkennung in der Videoüberwachung. Wir wissen, wer mit welchem Auto wo in der Gegend herumfährt. Also das sind sehr, sehr weitreichende Maßnahmen, die hier auf den Weg gebracht werden, ohne auch gleichzeitig zu begründen, ob diese überhaupt verhältnismäßig und nützlich sind im Kampf gegen Terrorismus. Also es bestreitet natürlich niemand, dass wir gegen Terrorismus etwas unternehmen müssen, dass wir für unsere Sicherheit auch etwas tun müssen. Aber diese Maßnahmen müssen halt verhältnismäßig sein. Und sie müssen natürlich auch zu dem Ziel Terrorismus oder Kriminalitätsbekämpfung etwas beitragen. Wie kann das zum Beispiel aussehen? Also wenn du jetzt sagst, ist klar, es bestreitet niemand, dass was getan werden muss. Was wären denn jetzt sinnvolle Forderungen? Also es gibt natürlich zum einen den Bereich Prävention. Also dass hier zum Beispiel dann eben geschaut wird, dass Leute nicht in solche Vereine oder in solche Kreise überhaupt erstmal geraten, die dann halt zum Beispiel Leute nach Syrien in solche Terrorcamps schicken oder ähnliches. Dass man denen auch Angebote macht, sich in unsere Gesellschaft zu integrieren und ähnliches. Also das wären zum Beispiel Maßnahmen. Darüber hinaus ist natürlich auch grundsätzlich immer die reine Digitalisierung von Polizeiarbeit wenig hilfreich. Also oft ist es auch wirklich hilfreich, wenn man tatsächlich einen physischen Polizisten irgendwo hinstellt, der irgendwas kontrolliert. Auch zum Beispiel bei Videoüberwachung hat man zum Beispiel festgestellt, dass eine Straßenbeleuchtung zum Beispiel mehr zur Sicherheit beitragen kann an einem Ort als eine aufgehängte Videokamera. Also hier muss man einfach immer schauen, bei jeder speziellen Maßnahme, die eingeführt wird, an jedem speziellen Ort, ob es hier nicht eine Möglichkeit gibt, eine Maßnahme auf den Weg zu bringen, die weniger in die Freiheitsrechte der Menschen eingreift als die vorgeschlagene. Und grundsätzlich können wir natürlich nicht unsere Prinzipien, unsere rechtsstaatlichen Prinzipien über Bord werfen, unsere Grundrechte über Bord werfen, weil wir jetzt mit Terrorismus konfrontiert sind. Also wir müssen unseren Rechtsstaat beibehalten. Wir können nicht in eine Totalüberwachung übergehen, worin sowas enden kann. Das hat insbesondere, ist ja aus der deutschen Geschichte erkenntlich, dass wenn eben solche Datensammlungen zur Verfügung stehen, dass dann das Missbrauchspotenzial auch enorm hoch ist. Und hier müssen wir eben immer sehr genau abwägen zwischen eben den Freiheitsrechten und den Sicherheitsrechten und dann eben besondere Maßnahmen auf den Weg bringen und vor allen Dingen nicht mit Aktionismus reagieren. Genau, das ist ja im Grunde genommen auch das Argument, was dann wieder die politische Debatte anheizt, dass zum Beispiel jetzt gerade, wenn wir uns die Große Koalition angucken, die SPD halt auch sagt, was für ein Quatsch, jetzt lass doch mal die Kirche im Dorf. Ein bisschen Common Sense zum Beispiel einfach mal auch einsetzen, anstatt jetzt eben gerade blinden Aktionismus wieder zu propagieren. Und insofern werden wir mal sehen, was in den nächsten Wochen und Monaten noch rumkommt. Du hast es ja gerade schon erwähnt, es gibt ja auch noch ein paar rechtliche Sachen auszufalten, ob jetzt auf EU-Ebene, ob jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht. Dankeschön erstmal an dieser Stelle an Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft und ihr könnt euch, wie gesagt, alles nochmal nachhören, anschauen dann auch auf dem YouTube-Kanal. Dort wird das Ganze dann sicherlich auch nochmal gepostet, Alex, ne? So ist es. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Flux FM In digitaler Gesellschaft In Instagram In digitaler Gesellschaft In digitaler Gesellschaft Vielen Dank.